Felix, warum grinst du so? Na, weil es bald Weihnachten ist. Aber du weißt schon, dass wir heute die Schleim-Challenge machen. Ja, aber in der Weihnachts-Edition, also mit extra schönen Weihnachtsschleim. Schleim bleibt Schleim und ich werde mich so richtig an die rächen. Was? Hallo und herzlich willkommen zu Yumtamtam. Heute gibt es eine neue Schleim-Challenge. Wie funktioniert das Ganze? Ich stehe hier drüben und habe hier auf diesen Karten ein Rezept stehen und dort stehen Sachen drauf, die ich fehle, die erklären muss, denn die kennen das Rezept noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was gekauft wird. Genau, aber es stehen hier Worte drauf, die ich nicht sagen darf und wenn ich sie sage oder wort verwandte Dinge, dann werde ich geschleimt. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Das letzte Mal war ein Halloween, da wurde auch ich geschleimt, aber davor wurdest du ordentlich geschleimt, das war schön. Zeit für Revanche, was muss ich tun? So, ich werde mir jetzt die erste Karte anschauen. Zuerst brauchst du etwas Großes. Dieses große, runde Ding. Alter, das ging schnell. Ich sage mal, so Rache ist Zuckerseel. Ich habe es echt nicht gemerkt, ne? Was ist denn wohl das große Runde Ding? Aber erst mal Schleim auf dich. Ja, ich darf dir danach sagen. Aber erst mal Schleim. Leise schleimt jetzt der Schleim. Boah, das ist wie Kleister gerade. Das ist toll. Ich darf jetzt sagen, du darfst dir eine Schüssel nehmen. So, fühle mich so richtig brain dead heute auch. Zu einem brauchen wir etwas, was man zum Braten benutzen kann, aber zumeist isst man es auf dem Brot. Es ist ein tierisches Produkt, das vornehmlich aus Milch gewonnen wird und durch Dampfen zum Beispiel zu diesem neuen Zustand kommt. Ich könnte mich ja doof stellen, weil Butter wird nicht aus Milch gemacht, sondern aus Sahne. Aber ja, aber was ist... Sahne darf ich A nicht sagen und B ist das ein Bestandteil der Milch. Komm schon, komm schon. Sie wehrt sich noch. Okay. Jetzt brauchen wir die schneeförmige Variante von etwas, das zum Beispiel aus Rüben gewonnen werden kann. Wir wollen natürlich die kristalline Form und die eben in Schneeform davon. Puderzucker. So, davon kommen 125 Gramm hinein. Es ist irgendwie lustig, weil ich möchte gerne das schnell erraten, weil dann bin ich irgendwie gut darin, aber eigentlich will ich auch, dass du geschlagen wirst. Gut, was mache ich mit dieser Mischung? Das ist schon mal die richtige Ansage, die du davor gegeben hast. So dürfte ich das nicht sagen. Natürlich darf das nicht so bleiben, sondern du... Vermengen? ...mit einem Utensil, das nicht gemacht ist für die Füße, sondern für eine andere Extremität und das Ende einer Extremität. Von dem Kopf. Es ist elektrisch. Zumeist sind dort zwei Dinge dran, die wie kleine Versionen aussehen von Schneebesen. Dieses Ding, das nicht für deine Füße ist, denn du musst es ja halten und das kann man mit Füßen schlecht, es sei denn, du bist ein Affe. Ich möchte mal einen Affen mit Handröger reden, das wäre geil. Geh rein hier oder was? Ja, du darfst da rein und einfach ordentlich durchziehen. Fluffy. Very good. So, das kann erst mal so bleiben. Erinnerst du dich noch an das erste Mal, wo es geschleimt wurde? Nein. Nein, erinnerst du dich nicht? Wie fandst du es? Also kannst du nicht mehr dran erinnern, fandst du gut. Also kannst du dich doch dran erinnern. Ich weiß noch, welches Wort das war, für was ich geschleimt wurde? Tschüss. Richtig, das brauchst du noch mal. Das war alles geplant, Leute. Das war, ich habe Schach gespielt mit mir selber und Schleim. Du hast ein Erbauch. Ja, ja, vielleicht. Ich habe mich selbst, ich immer mit mir selber. Okay, perfekt. Du hast schon da. Jetzt brauchst du 250 Gramm von einem Produkt, das wohl der wesentlichste Bestandteil von Brot ist. Es wird auch für Pizzateig zum Beispiel gebraucht, Hefeteig. Ich hole jetzt mal das Mehl. Ja. Wäre nicht so sein. Machen wir weiter. Einfach immer seit 125 Gramm von etwas anderem. Anderes? Interessant, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Teilwort ist. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Es gibt von diesem Produkt zum Beispiel auch eine Pflanzenmilch. Sie erfreut sich. Scheiße Pflanze. Gemahlene Mandeln brauchst du. Da hole ich. Oh ja, ich auch. Ich muss mich klein. Oh, und ich habe aber es ist Felix. Ich kann schon sehen. Oh, endlich bin ich wieder der Grinch. Toll. Endlich in meinem natürlichen Is läuft meine Beine herunter. Also würde ich eine hervorragende Weihnachtsfarben auswahl. Da hat sich die Schleimgöttin ganz viel Freude, ganz viel Gedanken gemacht. So gut, dass ich mit meinem hellen Pony heute nicht machen muss. Wir brauchen jetzt 60 Gramm noch von etwas anderem. Zumeist wird es, wie man zu erwarten denkt, gerne in Kuchen gemacht, in Weihnachtsgebäcke aller Art. Es ist auch eine gemahlene Variante oder eine verarbeitete Variante eines fermentierten Produktes, das nicht in Deutschland wächst, sondern in den Tropen. Und es ist eigentlich nicht süß, aber man kennt es vornehmlich in süßen Produkten. Es gibt sie in Tafelform aller Art, in verschiedenen Bittergraden. Es gibt sie mit mild und ohne mild. Es gibt sie in weiß. Vornehmlich kennen wir sie aber in ihrer sehr dunklen Form. Auch ich muss es immer hacken, prinzipiell. Und jetzt hätte ich aber gerne nicht die Tafelversion davon, sondern diese, die man auch gerne trinkt, wenn es kalt wird. Okay, okay, ich erlöse dich. Ich nehme Kakaopulver, richtig? 60 Gramm. Aber das wäre nicht gut gemacht für dich. Danke. So, und jetzt kommt nämlich das Fiese. Du brauchst jetzt noch eine Prise von etwas. Normalerweise würde ich das immer mit einer Umschreibung nutzen und jetzt haben sie es mir extra hier auf. Ich habe es mir das nicht nehmen. Danke, liebe Weihnachtsläfen. Aber es kommt unglaublich in wahnsinnigen Mengen im Meer vor. Wasser? Ja, aber Wasser gibt es ja auch in Flüssen, der große Unterschied zwischen Fluss und Meer ist Natriumchlorid. Und davon brauchst du eine Prise. Na groß. Ah, damit habt ihr nicht gerechnet. Ich gebe ein bisschen Salz dazu. Wir haben jetzt diese zwei Schüssel. Die möchten wir jetzt gerne zusammenbringen. Jedoch möchten wir keine Klumpen haben. Dafür brauchen wir ein Utensil. Welche Farbe würde es sein? Ich wünsche mir ein Rot. Und das ist eher so. Ich meine, sorry, Felix. Also, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass du ein Siebchen brauchst. Ich hätte auch einfach gewusst, aber nein, du wolltest ja unbedingt das falsche Wort sagen. Ja, ich wollte unbedingt, ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mir rote Schlagze in das Gesicht zu lassen. Also du hast jetzt dieses Siebchen, jetzt bringst du zusammen, was zusammen gehört. Jetzt schön rein, sieben, richtig? Genau, perfekt. Ein Traum. Ein bisschen was daneben machen. Das gehört dazu. Okay. So, jetzt das Ganze. Du hast schon die richtigen Utensilien in beiden Händen. So, und jetzt wirst du damit einfach schön hineinstechen und dann das Ganze zusammenbringen mit kreisenden Bewegungen. Und am Ende wollen wir natürlich eine... Ein Ding. Ein Ding? Was für ein Ding? Einen Klumpen, der die Welt regiert. Während ich hier knete, könnt ihr vielleicht mal den Abo-Button drücken. Und schaut doch mal bei TikTok vorbei, da gibt es auch viele tolle Rezepte, Weihnachten und auch so. Jetzt muss das Ganze fest werden. So, und damit das passieren kann, darf das, was du da so wundervoll zusammenbringst, nicht ohne eine Art von Schutz bleiben. Es gibt so drei Arten von diesen Dingen, die sich in jeder Schublade finden. Das eine ist Backpapier, das andere ist aus Aluminium und das dritte ist quasi wie eine Fensterscheibe, denn man kann auf das Produkt, das dort drinnen ist, blicken. Gebrähebeutel? Frischhaltefolie? Richtig. Sehr gut. Fantastisch. Ich würde sagen, ich gebe uns beiden mal eine Pause, dann können wir nämlich mal hier kurz aufräumen. Ja, sehr gut. Du musst das Ding aber natürlich an einem bestimmten Ort Pause machen. Ah, Boden. Es ist hier? Nein, nein, nein. Es ist groß und silber. Es befindet sich von hier aus in der linken Raumecke. Links. Es ist da, um Dinge frisch zu halten, lässt man sie dort drinnen, denn dort ist es eben nicht warm. Es ist weit unter Zimmertemperatur. Ich pack den Kühlschrank. Okay, kurz aufräumen und dann 30 Minuten warten. Felix, was passiert jetzt? Schön, dass du fragst. Du erinnerst dich vielleicht noch vor der Pause an die drei Dinge in der Schublade. Das eine war Frischhaltefolie, das andere war Alufolie und das dritte war, es ist hitzebeständig. Ja, na ja. Also, wir brauchen jetzt dieses Backpapier auf ein dazugehöriges Utensil. Ach, schön, dass ich das mal wieder sagen kann. Ich merke, dass die Karten an meinen Wortgebrauch angepasst werden und ich jetzt mir ein neues Wort ausdenken muss. Okay, zurück zu dem Ding. Auch dieses Ding ist hitzebeständig, denn das ist der Job davon. Es ist flach, es ist schwarz in dieser Küche. Ich hole das Backpapier. Ja, sehr gut. All righty. Perfekt, das hast du schon super vorbereitet, oder? Du hast es auch schon aus etwas rausgeholt, wo es nachher wieder rein muss. So, und dieses Ding sollte natürlich schon auf Temperatur sein. Deswegen 160 Grad und zwar einer bestimmten Einstellung. Sie beinhaltet keinen Ventilator und keinen Grill. Es sind zwei an der Zahl in Kombination und das eine beschreibt den Himmel und das andere beschreibt die Erde. Aber unterhältlich, auf geht's. So, perfekt. Diese Karte haben wir abgehackt. Unser Schnee-Ding hat ja jetzt ein bisschen gechillt. So, in unserem silbernen Ding. Das holst du jetzt heraus. So, davon nimmst du eine Hälfte. Aber, bevor du das machst, muss natürlich noch das Umfeld präpariert werden. Wir brauchen natürlich wieder des Müllers Gut. Es steht zu deiner Linken schon offen für dich präpariert, als hättest du schon gewusst, dass du es brauchst. Und damit spielst du jetzt Frau Holle. Perfekt. So, also eine Hälfte und die andere bringst du wieder da hin zurück, wo du her hast. Also benutzt wir das Ende deiner Extremitäten, die am oberen Scheiße die sich in der Nähe deines Halses befinden, die aber nicht dein Kopf sind. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob der Kopf zu den Extremitäten gehört. Anyway, genau. Perfekt. So, jetzt nimmst du unseren Klumpen Ja, habe ich. Und machst sie in die dünne Version eines Nudelholzes. Man könnte stelle dir mal einen Bauch vor. Dort befinden sich kleine Fetts. Okay, ich weiß es. Ich mache den Teig zu rollen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich rolle ihn aus. In eine lange Version. Eine lange. So, erstmal mach da mal ein schönes, langes Räulchen drauf. Jetzt brauchst du wieder ein Utensil, das zur Küche gehört. Ja. Das war die Einleitung. Es ist das Ding, das wir zumeist zusammen mit einem Brettchen immer als erstes für ein Rezept. Es ist dort zum Schneiden. Messer? Das hat geplatscht. Boah, das war fies. Ich komme mal das Messer. Oh, das sind wieder so viele Worte. Warum so viele Worte? Du erinnerst dich an das Ding mit den Nägeln an deinen Extremitäten. Ja, die brauchst du wieder. Es ist, glaube ich, auch eh dein liebstes Arbeitswerkzeug. Die benutzt du jetzt, um das, was du eben gemacht hast. Ja. Das formst du jetzt. Und zwar in die Form des Tatans. Kopfbedeckung. Sehr weihnachtlich. Oder aber auch in Bäckerei gibt es zum Beispiel feine Gebäcke Kuchen. Lecker. Ja, mit Butter. Die heißen Butter. Die zentrösische Variante davon könnte man als in Anführungszeichen wäre ein Croissant. Hörnchen. Richtig. Und was mache ich jetzt Hörnchen? Du machst daraus kleine Hörnchen und diese kleinen Hörnchen, die haben einen Dialektnamen, der sich aber so eingebürgert hat. Okay, ich mache Schokokipferl. Ja, genau. Sobald du das alles gemacht hast, dann bleibt natürlich das Fläch nicht da, sonst ist es ja hoh, sondern du schmeißt das Ganze in das... In den Schleim! Ja! Also, du möchtest es in das warme Ding. Da machst du es rein für 15 Minuten. So, Felix, ich fang das jetzt in den Ofen. Ja! Und du tschüssst in deiner Schleimsuppe. Ja! Es ist schön hier! Okay! Ich wischte lange. Es duftet Felix. Ja, sehr gut nach Schleim. Nein, nach Keksen. Ah! Dann holen sie doch mal heraus. Ich bin ganz schön Oschis geworden. Ich sehe, was die Elfen sich da ausgedacht haben. Aber gut. Guck dir das an. Oha! Oha! Bist du bereit weiterzumachen? Ich bin bereit. Bist du bereit, ja? Nun denn, ich habe so eine Haarsträhne, die sich gelöst hat und die mir die ganze Zeit im Gesicht rumhängt. Das ist ein bisschen blöd. Eben sagte ich in einer vorherigen Beschreibung, dass fast alle Rezepte bei uns mit zwei Dingen... Zwiebeln und Knoblauch klein schneiden. Das letzte davon ist entscheidend. Knoblauch? Nein, 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 nein. Das wäre das du nattest. Klein schneiden. Genau. Dafür braucht man ein Intensil und eine Unterlage, damit... Brett und Messer hatte. Also, du erinnerst dich vielleicht noch, als wir den Teig gemacht haben. Dort kam ein Produkt vor, das schön zu trinken ist, aber in dieser Form zum Backen da war. Und er sagt, es gibt eine Arbeit, die ich immer machen muss. Schokoladehacken. Es gibt drei zur Auswahl fehlend. Scheiße, ich hatte gehofft, da liegt nur eine. Okay, also. Die weiße ist es schon mal nicht. So, jetzt haben wir noch zwei zur Auswahl. Ich möchte die, wo keine Kuh involviert ist. Zeit bitte! Richtig. Perfekt. Das hast du ganz außerordentlich schön gemacht. Das darf natürlich nicht so bleiben, weil sonst naschst du das weg. Wir hätten das natürlich gerne in... naja, in einen anderen Aggregatzustand. Um das zu gewährleisten, braucht man natürlich erstmal wieder ein Utensil. Ganz oft macht man da drinne zum Beispiel Nudeln. Man kann Suppen dort drinne machen. Ich hole einen Topf. Ja. In diesen Topf. Warte, warte. Entschuldigung. Ja, in diesen Topf. Ja, warte. Nicht dort hin. Na gut, stellst du an. Also, du musst zu einem anderen Ort in dieser Küche gehen. Und zwar, da kommt etwas raus, dass ich nachher ganz dolle Trink nötig habe. Man kann es trinken, man kann sich damit aber auch waschen. Es kommt aus einem Hahn. Und deswegen halt, und bei uns heißt der Wasserhahn auch Kran, deswegen nennen wir es Kran. Was sollst du nicht sagen? Wasser. Oh, Tannenschleim. Oh, geil. Oh, ins Gesicht. Love it. Boah, ist das kalt. Geahmer. Äh, also, du hast jetzt schon das Wasser hineingemacht. Das war auch wirklich wieder so. So, dumm. Jedes Mal, jedes Mal. Okay. Also, das, was du so fein gehackt hast, das, oh, es fehlt ja noch was. Lol. Du brauchst etwas, das aus Glas ist. Wir hatten dieses Wort auch schon öfter. Heute in verschiedenen Konstellationen vorhin hatten wir es in Plastik. Einmal in schwarz und einmal in grün. Gaschessel. Genau. Denn, das muss, das darf jetzt sagen, auf dem Topf, das hast du ja schon ganz schön erraten, so, das, was gehackt, was du gehackt hast, das kommt da jetzt hinein. Wasserbad. Genau. Sehr gut. Äh, aber damit, ach, ich muss gar nichts mehr sagen, du hast es immer. Nö, nö, nö. Ich muss nur sagen, du hast schon alles gemacht, was du machen willst, du hast es jetzt reingemacht. Perfekt. Du hast aber auch schon den Herd angemacht und es alles präpariert, dann sage ich nichts weiter. Du schmilzt ja gerade etwas in unserem Wasserbad. Sobald es seinen Aggregatzustand geändert hat, kann man damit anfangen, es zum Verzieren zu benutzen. Okay. Dafür brauchst du ein, nee, eben nicht. Ähm? Du kannst ja jetzt im Umrühren, aber, zum Verzieren sollst du ein anderes Küchen... Ja, doch, darf ich sagen. Puh! Utensil benutzen. Ich bin gespannt, was ist es? Es ist laut Sheldon kein Dreizack, denn der hat nur drei Zacken. Damit befördert man normalerweise leckere Lebensmittel in seinen Mund hinein. So. Na gut, dann ist es die Gabel. Ja. So, nachdem du das geschmeuert hast, das dann betreutelt hast, so, dann kommt noch was on top. Okay. So. Boah, das ist auch noch mal so ein fieses Wort. Vielleicht kommt der noch mal Schleim zum Abschied. Das würde dich freuen, ne? Bisschen, ich könnte dir auch die warme Schokolade anbieten. Zum Schleim? Weil es eben so kalt war, sehr, sehr großzügig von dir. Ich glaube, das kriegt man nicht so gut weg. Also, und zwar, äh, diese Dinge gibt es ganz oft auch in der Eisdiele on top für Kinder. Ich liebe Eisdiele. Perfekt. So, äh, diese Dinge sind nicht schwarz-weiß, sondern, äh, es ist, die sind in einer, in einem Umstand, wie sie zu deinem Slogan am besten passen. Wenn es gut aussieht, dann schmeckt es auch. Wenn es gut aussieht, schmeckt es auch gut, so heißt das. Sie sind in einem Zustand, wo sie meistens so ganz, 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 ganz kleine, runde Hörnchen sind. Ah ja, in welcher Form sind sie? Gold und weiß. Okay, also, du hast es schon perfekt. Jetzt träufelst du das über unsere Hörnchen und dann bringst du die... So, vielleicht? Weiß ich nicht. Ja, ich mach's so, finde ich schön. Ja, mach doch. Und dann kommen die goldenen und silbernen Bällchen oben drauf. So, und damit haben wir es geschafft. Juhu, Felix! Hey! Schokolade ist drauf. Dann jetzt noch die Streusel. Tü-tü-tü-tü-tü. Zerfwind, dann würde ich sagen. Wir können direkt probieren und dann gehe ich baden. Ich bringe dir ein? Ja. Und dann darfst du duschen gehen. Ja. Danke. H uhm. es doch gelohnt dafür geschleimt zu werden also macht es auf jeden fall nach zu hause weitern ohne schleim oder vielleicht auch mit wenn es lustig wird und wenn ihr noch mehr schleimstellen sehen wollt dann kommt jetzt hier zu den letzten wir sagen tschüss auf eine schöne weihnachtszeit